Wollen wir auf B1 gehen? Oh, Alter, sind das natürlich direkt Zweiter? Unglaublich, ja. Oh, der hat noch 4%, dann hätte ich sie beide gehabt. Ah. Da ist noch ein Vierten drin, ist was? 2 holen. Entschuldigung, der Gegner vor uns hier. Ja, 2, wer ja die Verspecke macht. Oh, ist da noch ein Vierter, ich glaub's nicht. Und noch ein Fünfter. Kommt noch von unten an. Interfone zu der leften, behind you. Ah, jetzt sind alle ins Haus eingekaufen. Ach, scheiße. Wo und zu Haus? Ja, bei A1 dann. Hast du den? Ja. Oh, er war auf halber 1. Kommt noch mal rein. Ah, wie die ist. Wächst genau. Die war mitten im Raum. Rechts in der Ecklen Fenster. Mhm. Habe ich? Ja! Was ist das? Alter wass Arial officials are here Alter ja ja es kommt mir jetzt echt Ja, vielleicht ist einer der Tür. Oh, eine Drohne. Genau, eine Millisekunde zu spät drücken ich auf den Trigger. Die sind auf jeden Fall noch welche im Gebäude. Ja. Oh, der Fenster. Oh. Die Drohne. 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 von der APC 1 2 2 3 4 5 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 6 7 8 8 9 10 9 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 20 19 20 20 ein das m4 17 ist halt lächerlich halt das war auch einfach jetzt ist er mit seiner scar am nächsten fernster Ah, Alter, war ne knappe Runde. Ja, wohl vorhin hab ich nur 28 Punkte nur gewonnen. Aber ich glaub 4700 Ding was und ich glaub mal 4700 Ding was. Ich glaub ich hab mal durch 5.10 hab ich verloren oder so. Und Screenshot gesehen, einer und zwei Punkte gewonnen. Kaka! Und es ist 100,000, 190,000 hier. Das war's!